Ja, probieren wir es mal so einer abgefuckten Herausforderung. Trololol. The Willi VGNZio. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Oh, hey. Das ist gut. Das hat ein Butter. Es geht ein Abend ein. Es ist ganz schön, gerade ein Dings. Wie du mein Zähnchen hast, wie du den Keks. Ich glaube schon, der Umgang macht schon eine Waffe. Auch wenn das ganze Bombenwesen geht, bin ich da auch gar nicht auf dem Geht. Nee, 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 nee! Mistvoll. Hurra! Heyy! Was ist das denn? Amerikan Dora Jaaa... Los Koboldfass, mach irgendwas! Los die, es ist so was Wohles! Wohle, ich schmeisse es da hin und fack 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 die Böse! Mhm, mhm, mhm! Wie alt? Wie alt? Wie alt? Was hat das? Dankeschön Schaut auch nicht ganz entspannt aus, solche Herausforderungen Eine von zwölf Da bin ich immer gespannt Wie weit wir da kommen Vielleicht bis zu drei oder so, wenn überhaupt LOL Das du kannst, kann ich auch Los und gut sauber Nein Was hat er wirklich da drauf? Fuck, fuck, fuck Jetzt Und aufs Maul Ich geh durch Oh, das war jetzt schlecht Oder? Oh Oh Das ist richtig schlecht Oh, das ist nichts Oh, oh Weg, weg, weg Scheisse Vielleicht schaffe ich immer noch bis zu 2, immer eine Herausforderung, tolle Leute. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Ah, genau. Alles klar. Komm. Wann wird das jetzt den einen Türmgestündigten von Regen jetzt? Leck mich. Leck mich. Echt unmiss, leck mich. Was für ein Haufen Glück war das denn jetzt? Boah. Leck mich am Arsch. Echt, olle Mist, was ging denn da jetzt ab? Ich habe aber nirgiges geglaubt, dass das noch los ist. Ah, fuck, 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 fuck. Komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Scheine gesehen, Mann. Ja, gut. Wie im richtigen Leben, ne? Dahm, dahm, dahm. Ja, super. Ich weiß nicht, gegen so einen komischen Umschlaggang in Kürzüge. Ich höre gar nicht. Ich weiß nicht, was geht denn immer ab? Ich hasse Weiküren. Ich denke mal, dass da was geht. Ich weiß nicht, dass da was geht. Aufhören, aufhören, aufhören. Ich weiß nicht, dass die irgendwas reisen. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß ja gar nichts. Ich weiß ja nicht, aber ich habe ja auch sie verbreitet. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ja gar nicht mehr. Ich weiß ja gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Ich hätt nicht mehr ab und man weiß gar nicht mehr. Die Fernentürme sind voll schwul. Hauen wir den Heimat kaputt. Kommt den Heimat hier oder so? Guck mal, da sind wir doch schon mal ein bisschen weiter gekommen. Dam 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 dam. Die Good Boys, der Fairhawk. Ja, toll, super. Kann ich jetzt erstmal echt da nicht machen. Ich glaube, da hat er gewissen. Schönen guten Gefäße. Einmal feste Ding. Manchmal kann ich das hier nachher gewesen, und die sind auch flugig. Hehehe Neh, Trudel, Trudel Ahem Magic Da kann ich genau so wenig leiden. Wisst ihr, wenn die sich auf die Warte aufrollen sind, oder? Ich kann die nicht voll durchnehmen. Die kann man nicht machen, was die jetzt machen. Boah, schon wieder von Schweine reichen. Ich krieg's durchfallen. Ich weiß nicht, nix. Dann gehen wir so rot in. Wenn wir den Wildzauber dann doch irgendwann durchkommen. Oh, jetzt fliegt er. Oh, jetzt fliegt er. Öpnen, 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 öpnen. Oh, jetzt fliegt er so viel öpnen. Jeeey, jetzt sind Feuerball voll daneben gebeiert. Ja, jetzt fliegt er. Er leckt mir den Arsch ne. Wie geil, was hat denn das jetzt? Drei Siege von zwölf, na, ich drehe durch. Jetzt ist das schon wieder so ein komisches, das sehe ich doch erst früh erst mal, gegen so einen Mühlhaufen-Ding, was ist denn das? Hör aufhören, mach das nicht. Was macht denn diese Steine? Was macht denn die Steine? Was macht denn diese Steine? Oh, Elixiersammler, das ist schon immer cool, so ein Elixiersammler, das macht schon Spaß. Wir machen jetzt einfach mal irgendwas und schauen jetzt mal, was passiert. Hm. Da ist nicht so, da würde irgendwas Gutes passieren, ne? Fuck, 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 fuck. Ne, 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 hört auf. Achja, das war jetzt ein kurzes Spiel, fuck. Noch einmal darf ich verlieren, jetzt sag ich doch mehr als drei schaffe ich wahrscheinlich gar nicht. Ja klar, es sieht komisch, ja, Paranar Freaks, die so aufhören, das Spiel zu spielen, macht keinen Spaß. Ja gut, mit so einem komischen Hexenwesen kann man ja, wenn du jetzt nicht hingehen. Aber nicht schon mit so einer behinderten Weikühe. Incoming! Störb! Kick dich doch echt ohne Mist. Ich hasse dieses Spiel, warum spiele ich das eigentlich überhaupt nicht? Dedeedeedeedeede. Kannst du hier voll am Arsch mit einem kleinen Wichsel Mit einer scheiß Behindertenbeikühe Mit einem Behindertenfeuer bellen Das ist mir egal Das ist mir alles scheißegal Das ist doch alles zum Kotzen Das funktioniert doch hinten und vorne nicht Wenn ich das jetzt mache, dann setzt er wieder seine scheiß Regüe rein Wenn wir in der Wendung noch irgendwas zerreißen Dann muss der Regüe rausgehen Na ja Feuerball, Feuerball, Feuerball Hey Zu meiner Zeit gab es noch gar keine Feuerball Ja, toll Für Sven geht es jetzt, hat er zwei Türme kaputt gemacht Das ist so ein altes Spiel Hey Mal schauen, was ich für Karten bekomme Nichts Ich habe so viel Oh, ein Inferno-Turm Ich habe so viel Ich habe so viel Ich habe so viel Ich habe so viel